Musik Hallo Sishi, mach was du immer tust, ruinier die Party! Wie wächst es mit den Sollen? Ich hab aber nur keine Ahnung wo... Oh, sorry! Hab die mich mal fressen? Das ist ein Werbesäule anscheinend. Was zum? Was zum? Was denn? Das ist bestimmt Freude, wenn wir das hier betreten. Krieg mir Ärger, wenn ich mir so eine Pulle nehme? Na scheiße, jetzt hat er mich auch noch selber hier beeinflusst, ne? Der läuft nicht mehr gerade! Haha, scheiße! Wie ihr seht, könnte auch schwer werden. Komm, sag wohin! Da lang? Oh nein! Okay! Und langsam verstehe ich, warum ihr Tüten so sauer seid! Ah, diese klassische Musik erklärt, warum es zum dritten Weltkrieg war! Dafür sind die Säulen da. Ops. Ich spare doch schon mal wieder von mir. Oh, oh. Alle weg. Jetzt habe ich meinen Rhythmus. Puh, ey. Okay. 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 You, babe. Was ist das? gefällt mir gar nicht aber egal muss nur durch die ladung gegen den boss das war jetzt geschlecht man easy nein ich trinke ich noch mal ich glaube kriegen raus und besuch nicht gut nicht gut enthalten du affe das hat weh er hat wieder eine neue waffe ups du hattest wirklich alles unter kontrolle hat mich an einen soldaten erinnert den ich mal kannte ich habe nie aufgehört dieser soldat zu sein du hast du betrunken zu wissen was du hast du dich jetzt wieder rein müssen oder nicht rein schau 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 das kann man diese waffe überhaupt kann man irgendwie ein explosionsschaden jetzt wird er durch die schweine auf wir müssen die kriegt er nicht weg mehr 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 die tun mir schon fast leid aber eben nur fast nur ein bisschen das ist irgendwie die control taste halt ich gedrückt mit linker maustaste jetzt raus auch ein leichter gewicht bekommen hier ist für die meisten zu chaotisch heute oder nächste spiel wiederholen wir haben unsere mädchen offenbar ein begrüßungskomitee geschickt nur von toten sie hat ihre gastfreundschaft wohl abgelehnt wir jagen eine fähige soldat in ja aber sie hat eine spur hinterlassen sie weiß also nicht dass wir ihr auf den fersen sind wenn sie uns erkennt wird es schwer werden sie zu überzeugen uns von der evakuierung zu helfen wenn sie uns ärger macht überzeugt sie vielleicht mein stiefel in ihrem arsch ja 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 Das war's für heute. schön dass du auch mal mitschießt das kleine mädchen von rückblick nur für die rückblick das ist eine ganz miese präsentiert definitiv ich konnte nicht schießen keine sorge ich habe ihn erwischt sie haben Danke, guys.